The Beast of the East, die große Kälte aus dem Osten, sie ist nicht so weit weg, sie ist vorhanden, zum Teil bis zu minus 40 Grad Richtung Russland. Zugleich aber frühlingshafte Luftmassen bei uns hier in West- und in Mitteleuropa. Von den britischen Inseln über Frankreich bis nach Deutschland verbreitet zweistellige Höchsttemperaturen in dieser Woche bei uns teilweise 15 bis 17, regional bis zu 18 Grad. Das ist natürlich deutlich zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Rosenmontag hier bei wetter.net. Ja, die große Kälte liegt quasi vor unserer Haustür, aber sie will erst mal in den nächsten Tagen und wahrscheinlich auch Wochen nicht zu uns kommen. Und dann geht es ohnehin mit großen Schritten rein in den Frühling 2024. Aber auch der kann natürlich noch mal Kaltlufteinbrüche bringen und auch Schneeflocken bis in tiefe Lagen. Ob das in diesem Jahr der Fall sein wird, kann aber heute noch kein Mensch beantworten. Wir schauen mal auf die aktuelle Bilanz im Februar. Die ersten elf Tage sind vorüber. Wir haben eine mittlere Temperatur von 6,7 Grad Celsius. Wir liegen deutlich über den Klimamitteln drüber. Das alte Klimamittel übertreffen wir um 6,1 Grad und das neue Klimamittel um 5,1 Grad. Nur bezogen auf die ersten elf Februartage wohl bemerkt. Bisher hatten wir 44 Liter Niederschlag pro Quadratmeter und damit ist das Monatssoll bereits zu 97 Prozent erfüllt worden. Es sieht also schon wieder nach einem sehr nassen Februar aus. Und es gab bisher 13 Sonnenstunden. Damit ist das Monatssoll in Sachen Sonnenscheindauer zu 18 Prozent erreicht worden. Insgesamt wird sich wenig tun in Sachen Winterwetter bis zum 28. Februar. Das ist die neueste Ensemble-Prognose vom amerikanischen GFS-Modell für Emden. Und wir sehen, die Temperaturen liegen anfangs um die 10 Grad, später etwas kühler um die 5 bis 7 Grad. Aber Winterwetter ist bis zum 28. Februar nicht zu erwarten. Aber dafür immer wieder kräftiger Regen. Relativ ähnlich sieht das Ganze in Schweinfurt aus. Auch hier bis zum 28. Februar die Ensemble-Prognose sehr mild in den kommenden Tagen. 10, 11, 12 Grad werden da erwartet. Danach ein bisschen kühler. Aber auch hier gilt, Winterwetter ist nicht in Sicht bis Monatsende um die 5 bis 7 Grad. Und dazu immer wieder Regen. Also der Februar könnte tatsächlich sehr nass ausfallen. Genauso wurde er ja auch vom CFS-Modell vorhergesagt. Wir schauen mal weiter in unsere Wetter-App rein. Denn da könnt ihr für euren Ort die Prognose für die nächsten 10 bis 14 Tage vorfinden. Am besten mal runterladen, installieren, testen und gerne einen Kommentar hier unter diesem Wetter-Video hinterlassen. In der kommenden Nacht, da wird es teilweise ein bisschen kühler als zuletzt. 4 bis 1 Grad, stellenweise um die 0 bis minus 1 Grad. Hier und da ist Straßenglätte möglich. Natürlich ab und zu fällt noch ein bisschen Regen in Landesmitte, sonst bleibt es dann doch überwiegend trocken. Ja und morgen, da sehen wir schon, die nächsten milden Luftmassen sind auf dem Weg zu uns nach Deutschland. Hier kommen sie vom Atlantik. Da kommt die nächste milde Luftmasse zu uns geströmt. Und die treibt die Temperaturen besonders in der zweiten Wochenhälfte deutlich in die Höhe. Morgen ist das Ganze noch sehr moderat zum Dienstag. 6 bis maximal 11 Grad. Im Norden viele Wolken, stellenweise etwas Regen. Nach Süden auch mal längere Zeit Sonnenschein. Aber dann der Aschermittwoch. Der wird zwar nass, aber sehr, sehr mild ausfallen. Plus 8 bis plus 14 Grad werden erreicht. Am Oberrhein sogar 15 oder 16 Grad. Voll frühlingshaft mildes Wetter. Und dazu aber immer wieder dichte Wolken und zeitweise Regen. Mild geht es auch am Donnerstag weiter. Im Norden noch etwas Regen, ansonsten nach Süden überwiegend trocken. Aber hier auch viele Wolken und es geht sehr mild weiter. 7 bis 13 Grad in der Nordhälfte und bis zu 15, teilweise 16 Grad in der Südhälfte. Am Oberrhein auch mal 16 bis knapp 17 Grad. Und auch der Freitag bringt da keine große Wetteränderung. Viele Wolken, zeitweise Regen, vor allem hier im Westen und im Norden. Und es wird auch im Norden insgesamt noch ein bisschen milder werden. 11, 12 Grad werden erreicht. 13 Grad teilweise und in der Landesmitte und im Süden 14 bis satte 17 Grad. Diese milde Wetterlage bleibt uns also erhalten. Und wir schauen noch auf das kommende Wochenende. Auch da geht es insgesamt sehr, sehr mild weiter. Vor allem nach Süden hin nochmal Temperaturen so um die 12 bis 15 Grad. Nach Norden dann aber schon etwas kühler mit Tageshöchsttemperaturen, so um die 5 bis 8 Grad. Hier mehr Wolken, insgesamt aber kaum Niederschläge. Auch der Sonntag relativ ähnlich von den Temperaturen her. Es gibt aber deutlich mehr Regen wieder. Vor allem hier in der Landesmitte und im Norden fällt zeitweise Regen. Im Süden ist es auch mal trocken. Und die Temperaturen erreichen 8 bis 12 Grad. Im äußersten Süden auch 14 oder 15 Grad. Da kommen also eine ganze Menge milde Februartage auf uns zu. Und die reißen das Klimamittel für diesen Moor nochmal deutlich nach oben. Und danach, naja, frieren müssen wir da auch nicht. Am Montag in einer Woche 8 bis 14 Grad. Dienstag 5 bis 10 Grad. Und Mittwoch 5 bis 10 Grad. Nächste Woche Mittwoch wohlgemerkt. Also in einer Woche. Und dazu ab und zu immer noch Regen, Regen, Regen. Also insgesamt geht es nass weiter. Das sind mal die Niederschlagsummen bis Ende Februar. Da kommen verbreitet im Norden nochmal 50 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel. Im Westen auch so 80 bis teilweise 120 Liter Regen pro Quadratmeter. Und im Süden nochmal 50 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Relativ ähnlich auch hier im Norden um die Osten 50 bis 70 im Stau vom Erzgebirge teilweise bis zu 80 oder 90 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Insgesamt nasse Zeiten in diesem Februar 2024. Die Ensemble-Prognose vom europäischen Wettermodell für Norddeutschland sieht auch nicht viel anders aus als die Ensemble-Prognose vom amerikanischen GFS-Modell. Es bleibt zunächst sehr mild, wird dann ein bisschen kühler. Aber wir bleiben eher im frostfreien Bereich bis zum 27. Februar im Norden. Dazu immer wieder Niederschläge. Ja und auch im Westen tut sich relativ wenig. Mild, mild, mild bis zum Abwinken bis Monatsende. Und dazu ab und zu mal Regen. Das gleiche Spiel auch im Osten des Landes. Sehr mild zunächst 10 bis 13 oder 14 Grad. Danach ein bisschen kühler 5 bis 6, 7, 8 Grad. Und dazu immer wieder Regen ein Thema. Und auch im Süden gibt es nicht viel Neues zu erzählen. Sehr mild in den nächsten Tagen. Zum Teil über der 15 Grad Marke. Danach etwas kühler, aber immer noch mit 5 bis 8 oder 9 Grad deutlich zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Und dazu fällt mitunter auch mal etwas Regen. Ja und in der Landesmitte gibt es auch nicht viel Hoffnung für Winterfreunde. Leider, es bleibt sehr, sehr mild. 10 bis 12, 13 Grad anfangs. Danach etwas kühler. Aber auch diese kühleren Temperaturen sind noch deutlich zu mild für die aktuelle Jahreszeit. 5 bis 7 Grad. Und dazu zeitweise auch mal etwas Regen. Und dann ist der Winter 2023, 2024 zumindest für uns Meteorologen auch schon beendet. Wir rechnen ja die Jahreszeiten in ganzen Monaten ab. Dezember, Januar, Februar ist der Winter. Ja und dann kommt eben schon der Frühling 2024. Und der könnte sehr spannend werden, denn insgesamt wird kein besonders milder Frühling erwartet, wie wir es oft schon kennen aus den vergangenen Jahren. Eher so, naja, eine leichte Abweichung. 0,5 bis 1 Grad über dem neuen Klimamittel drüber. Das könnte zumindest anfangs doch gefühlt ein sehr kühler Frühling werden. Denn der Februar ist schon sehr, sehr mild. Der verhält sich so mild, als sei er schon der März. Und wenn der März etwas kühler ausfällt, dann haben wir im Grunde die Sache, dass wir das Frühjahr zumindest sehr kühl empfinden. Zumindest den Auftakt dazu. Ja und der Niederschlag im Frühling 2024. Auch nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht besonders nass, nicht besonders trocken. Aber wir brauchen auch nicht wirklich viel Regen mehr, denn wir hatten ja einen sehr, sehr nassen Winter. Es war übrigens seit zwölf Jahren der nasseste Winter gewesen. Ja, kein Wunder, da kam ein Tief nach dem anderen und das brachte eben jede Menge Regen. Da darf das Frühjahr auch mal etwas trockener ausfallen. Wir haben ganz schön viele Reserven in Sachen Niederschlag, Grundwasser gebunkert. Das war's vom Wetter. Einen schönen restlichen Rosenmontag und tschüss, bis morgen. Vielen Dank.